Das Problem war schlichtweg, dass man aus dem Lachen überhaupt nicht mehr herauskam. Bei der Faschingsrevue der katholischen Frauenverbände im Kolpingheim-Moosburg reihte sich ein Sketch an den anderen und bei jedem konnte man sich vor Lachen geradezu kringeln. Spektakulär war auch der Showauftritt der Nahaller Garde und der Walzer des Prinzenpaars. Und natürlich hatte neben den spektakulären Tänzen die nagische Zunft auch ein paar Späße mitgebracht. Wie könnte es auch anders sein?